Was mach ich nur, was mach ich denn, nur, nur falsch, dieses Level ist doch schöner Betrug, was soll das sein, das ist wirklich gemein. So Philipp, sollte ich dieses Level schaffen, dann musst du mein neuestes Level auch schaffen. Das ist doch mal ein geiler Deal. Ah, geschafft. Ja komm, aber so geht das besser. Da 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 da. Runter da. Ja, was soll der Scheiß? Ja, natürlich wieder diese Pitches machen hier so einen Aufstand. Ist nix versteckt, gut. Wo ist das denn? Scheiße, das war zu spät. In der Tat. Jetzt aber. Ja, das kannst du nicht überleben. Leider nicht. Hier muss doch was ver... Nee. So. So weit, so gut. Ich glaub dir sicher nicht, Philipp, der will jetzt, dass wir da runtergehen. Da kannst du dir in den Arsch schieben, denn das mach ich nicht, das wär doch viel zu gemein. Das ist bestimmt ne Falle. Was, zwei? Ach, scheiße, es gibt... Oh, cool. Es gibt ja drei Räume. Ach, du scheiße. Worauf hab ich mich hier eingelassen? So, das andere. Äh, war bestimmt ne... Ach, nee. Childo. Das war bestimmt ne Falle, der andere Weg, wo uns rüberlotsen wollte. Da wette ich was drauf. Das versuche ich grad gar nicht erst. Denn, wir wissen ja, dass er durchtrieben ist. Ja, und wohin jetzt, bitte? Das kannst du ja nicht wissen als Spieler. Wenn ich jetzt in den Tod stürze, dann ist das ja unfair. Pilz. So, das ist die Nummer drei. Nein. Wieso immer Achterbahn? Was haben wir? Sämtliche, immer... Alle Achterbahnen, Schweine. Nein, 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 nein. Leute, ab jetzt cutte ich. Und zwar da, wo ich gestorben bin. So, weiter geht's. Jetzt schaffen wir's. Das wär doch gehillach. Das war gemein. So ein Schwachsinn. Was soll denn das werden? Ja, was hätt' ich denn jetzt machen sollen? So. Jetzt schaffen wir's aber. Natürlich nicht. Das war doch so klar. Sonnen. Klar war das. Das ist doch so gemein. Was soll denn das sein? Ja, das kannst du ja nicht schaffen. So. Jetzt aber. Komm schon, das wird schon gehen. Jetzt reicht's mir. Wow. Wuaah. What? Was geht? Don't mutt. Super Mario Maker. ター aparece. Fuck! Geile Todes-Animation. Das ist doch so scheiße! So, Jung! Fick dich! Was soll die Scheiße?! So, nach diesem unendlich krassen Betrug werden wir's jetzt schaffen! Fick dich, du Kettenhund! Ich hasse dich, du Schweinehund! Was willst du hier? Gesterben! Jetzt! Jetzt aber! Die Hammer sind schon gekommen! In your face! Ich hab das Level geschafft! Yeah! Alter! Was war das für ein krankes Level? Was hast du dir dabei gedacht? Alter! Ich hab's Level geschafft! Ich freu mich so! Boah, Philipp! Was geht in deinem Hirn vor? Was ist mit dem Level los? Oh! Aber eigentlich ein geiles Level und echt fordernd und... Nice! Und... Ich... Ich... Und... Ah! Philipp, du... Du bist... Du warst in einem vorherigen Leben Sklaventreiber und... Ah! Scheiße! Und du musst jetzt auch mein neuestes Level schaffen! So! Und zwar... So lange probieren, bis du es schaffst! So! Wir probieren jetzt Björns Ice Dungeon! Da bin ich jetzt auch gespannt! Boah! Ich bin jetzt immer noch ein bisschen mitgenommen von Philips Lab! Naja! Egal! Ice Dungeon von Björn! Björn macht eigentlich... Eigentlich... Hat bis jetzt eigentlich nur tolle Level gemacht! Das hier dürfte keine... Ausnahme sein! Abkürzung! Cheaten! Komm schon! Nee! Das geht nicht! Ah! Fängt ja schon mal gut an! Kann man da rauf? Ich glaub daran... Geil! Man wird belohnt, wenn man... Mit nem blöden Up! Okay! Mit nem blöden Up! Das ist doch gemein! Wow! Alter! Da kommt ja auch ne... Ja geh rauf, du Fettsack! Okay! Das ist auch wieder sehr... Sehr durchdacht, das Level! Okay! Meine Schuld! Da geht's ja auch schon mal super weiter! Da freut man sich doch schon drauf! Oh nein! Geh rauf! Doch! Du Fettsack! Boah! Nicht so hoch springen! Nein! 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 Rutsch nicht so! Wie oft willst du noch rutschen, ey! Wir sind nicht auf der Schlittschuhbahn! Oder so! Ach! Keine Ahnung! Okay! Björn! Äh! Äh! Dürfte nie in einem Zelda den Eistempel designen! Dann kannst du bitte mal nur... Nur sterben! Da steht fest! Das ist... Waaah! Ja komm! Ja da... Da kannst du nicht überleben! Ist hier was versteckt? Ne! Björn hat kein Herz! Er ist so gemein! Das kann doch nicht sein! Jetzt sind wir mal hier... Oh no! Oh! Entschuldigung, ich bin grad immer noch gereizt wegen Philips Level... Äh... Ich hab's immer noch nicht realisiert... Dass ich's tatsächlich geschafft hab... Nein! Wo geht's hier oben lang? Komm! Komm! Pilzi! Ah gut! Er bleibt stehen! Nein! Björn! Ich... Ich hör... Tut mir leid, Leute! Der Part endet hier! Ich... Ich... Scheiß Achterbahnen! Er weiß doch ganz genau... Wieso ich Achterbahnen... Ach! Das hat er doch extra gemacht! In jeder Scheißwelt baute ne Axtra... Ne Achterbahn ein! Ich hasse die doch! Aber die scheint jetzt... Noch ganz okay zu sein! Ja, wohin jetzt? Okay, hier hat der Wumms platziert... Ja, da kann ich doch nix für! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Boah! So! Konzentriert sein! Das ist hier oberstes Gebot! Du falsche Ratte doch! Nein! Wieso ist hier kein Stern? Björn! Björn! Hast du da oben einen Stern versteckt? Okay, okay! Da muss... Da muss es weitergehen! Da muss es weitergehen! Aber wie soll ich da hoch? Das geht doch nicht! Hä? Wie soll ich da hochkommen? Da muss doch ein Stern versteckt sein! Ohne ihn kann ich nicht weiter! Ich bin nicht gescheiter! Okay, das geht nicht! Ach, der kann mich doch nicht... Lol! Ja, ihr lebt natürlich wieder, ihr Dreckviecher! Ja, das kann ich ja jetzt nicht schaffen! Ach doch, ich muss warten, bis die Dinger da respawned sind! Ich verstehe schon! Nein! So, jetzt aber! Komm her, Junge! Komm zu Papa! Ach! Der Vollidiot kann keinen Wandsprung! Komm her! Dann machen wir das halt so! Gut, ich glaube, so will er das! Ich glaube, so will er das! Dass wir das so machen! So komm, Stern! Sei nicht so, Björn! Sei nicht so gemein! Ach komm! Ach komm schon! Das gibt's nicht! Was hast du denn... Was willst du denn von uns? Ich bin nur ein Mensch! Ich verstehe das doch! Soll ich jetzt den Panzer nehmen und dann... Äh... Wahrscheinlich, wahrscheinlich! Gut, das ist ein kleines Rätsel! Gefällt mir! Komm her! Könntest du vielleicht etwas offensichtlicher gestalten? Vielleicht noch mit Münzen hin? Denn... Ja, die Kamera ist natürlich perfekt! Ja! Bleib stehen, du Wichser! Scheiße! Und jetzt? Hab ich's jetzt versemmelt oder... Oder wie? Wie? Was soll ich jetzt machen? Mal weiter gehen... Das? Ja, wir wissen ja, dass der... ... zum Glück ein Pilz ist! Willst du das jetzt, dass wir das so hinschmeißen? Ja, ich denke schon. Nein! Oder? Ah, doch, 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 doch. Danke, Björn. Das ist eine geile Idee. So, weiter geht's. Alter, spinnst du? Okay, 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 okay. Kann man also wieder rauf? Ich hab Angst. Bitte, Björn. Tunst das nicht an. Boah, der ist echt voll kreativ bei seinem Level-Band. Also, ganz ehrlich, probiert das selber aus. So, hat er da was versteckt? Nein. Boah, nicht runterrutschen, dann wäre ich jetzt ausgerastet. Oh, der Goomba kann hier nicht durch. So, jetzt kommt wahrscheinlich der Abschnitt mit den Achterbahnen, den wir gesehen haben. Draußen. So ist es. Rauf, rauf, rauf. Ich brauch nen Pilz. No, no. So, jetzt ist die Frage, brauch ich die Koopas hier noch? Oder kann ich sie einfach Leine ziehen lassen? Pilz? Danke, Björn. Nein, ich will nicht weiterlaufen. Ich seh schon, was da kommt. So, jetzt ist die nadie. Vielen Dank.